Reden wir über die Wahl und die neue Regierung in Thüringen. Melanie Haag, schönen guten Abend nach Erfurt heute Morgen. Wie war denn da die Stimmung, die Atmosphäre im Landtag? War Anspannung eigentlich zu spüren? Naja, zum einen war Entspannung zu spüren, das demonstrierte man auch nach außen. Aber zum anderen war ja noch die Frage offen, wie Mario Vogt zu dieser fehlenden Stimme kommen kann und ob das noch vor dem ersten Wahlgang passiert. Sie sind ja zuletzt zugegangen auf die Linke mit diesem sogenannten Pflichtenheft, einer Vereinbarung bei bestimmten Themen zusammen Lösungen zu finden. Und die Linke hat natürlich die Zeit noch laufen lassen und sich kurz erst kurz vor der Sitzung geäußert und eben gesagt, sie werde Stimmen geben. Und bemerkenswert daran ist eben auch, sie sagen, das sei ein Vertrauensvorschuss und eben kein Blankoscheck. Und das zeigt eben, dass die künftigen Regierungsjahre äußerst kompliziert und nicht leicht werden dürfen. Also da wurde ja offenbar hart gerungen hinter verschlossenen Türen. Die Linken wollten ja dringend eine schriftliche Vereinbarung. Die gibt es aber jetzt nicht. Genau. Die Frage war, man könnte es ja auch als Duldung deuten. Aber es war ja klar, dass vor allen Dingen die CDU eine Vereinbarung nicht durchbringen kann, weil es gibt diesen Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundes-CDU zur Linken. Und so war immer klar, man bewegt sich hier auf ganz schwierigem Terrain. Und das war nun schlussendlich noch das Entgegenkommen und Angebot von Mario Vogt, unter dem keine Unterschrift ist. Und Katja Wolf, die Spitzenfrau vom BSW, sagte eben, das sei keine Vereinbarung, keine Duldung, sondern sie nannte es, es sei ein miteinander vereinbarter Weg. Wir hören jetzt eine Menge neuer Vokabeln bei dieser Art von Regierungskonstellation. Daran werden wir uns gewöhnen. Für wie tragbar schätzen Sie das denn ein? Naja, ich sag mal, es ist bemerkenswert, dass sie so weit gekommen sind. Es war ein steiniger Weg, zum einen beim BSW und der Friedensfrage. Sarah Wagenknecht hat sich ja massiv eingemischt. Und klar ist, es werden, sie haben halt eine PAD-Regierung, sie haben keine eigene Mehrheit. Nun gibt es diese sogenannte Vereinbarung mit der Linken. Aber das heißt eben auch, allein drei Parteien der Brombeere plus die Linke, da müssen sich vier Parteien einig werden und Kompromisse finden. Da ist die Gefahr natürlich groß, dass eine Partei dabei auch zerrissen wird. Denn alle Parteien bringen ihre eigenen Themen, ihre eigene Ideologie mit. Und sie haben ja schon viele Kompromisse gefunden und sich auch wahnsinnig verbogen, um irgendwie auf eine Regierungsgerade zu kommen. Und das dürften schon große Herausforderungen sein. Hinzu kommt, die AfD ist ja im Thüringer Landtag stärkste Kraft und sie hat die sogenannte Sperrminorität. Und das bedeutet, dass sie eben wichtige Entscheidungen beeinflussen kann. Und klar dürfte auch sein, auch mit Blick auf die letzten Jahre und den Eklat bei der konstituierenden Sitzung, sie wird sich massiv einmischen. Also Spaltungstendenzen da wahrscheinlich auch durch die AfD. Da schauen wir mal drauf. Was sind denn die großen Themen? Was sind die dicksten Bretter, die man bohren muss? Und was will Mario Vogt und seine Regierung anpacken? Ja, es stehen jetzt viele Themen bevor, die bearbeitet werden müssen. Zunächst müssen sie erstmal einen Haushalt beschließen für das kommende Jahr. Und Mario Vogt hat heute in seiner Rede sechs Themen skizziert. Und ganz oben als große Hauptaufgabe sehen Sie für Thüringen das Thema Bildung, eine Bildungsoffensive. Er sagt, die Jugend sei die Zukunft in Thüringen. Und es gibt geschlossene Schulen. Das Thema Lehrermangel ist ein großes, gerade in den ländlichen Räumen hier in Thüringen. Sie wollen eine Digitaloffensive in der Verwaltung und auch das Thema Migration angehen. Zum einen mit Härte, zum anderen mit Herzlichkeit. Aber man wolle hier eine klare Linie fahren und etwa auch im Bereich Wirtschaft wirklich Akzente setzen. Und gerade beim Thema Fachkräfte, die hier in Thüringen händeringend gesucht werden, eine neue Strategie fahren. Und nicht zuletzt ist das Thema Gesundheit, die Sicherung der Krankenhausstandorte und die Zukunft des Gesundheitssystems hier große Themen, die Sie angehen wollen. Und das sind erstmal große Versprechen, die Sie hier abgeben. Die Frage ist, wie fähig Sie dann auch in der Regierungsarbeit sein werden, diese Themen, die Sie hier angekündigt haben, auch durchzusetzen. Das sind einige große Themen, die dort in Erfurt behandelt werden müssen. Sie behalten das weiterhin für uns im Auge, hoffentlich. Melanie Hack, herzlichen Dank heute Abend für die Einordnung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.